Ich hab dir den ausgezeichneten Sarah Connor-Becher. Der ist aber auch von meiner Mutter. Ja, es ist nur so. Du willst A Cappella singen? Weiß ich ja noch nicht. Ob das so eine gute Idee ist. Weil, also es ist eigentlich schon besser, wenn du mit Begleitung singst, dann müssten wir das, glaube ich, noch mal verschieben, dass du immer im Live singst. Ah Leute, kennt ihr das, wenn ihr einfach so einen Tag habt, wo ihr euch so denkt, so irgendwie, egal wie man die Haare macht, man ist so, ah, so. Ja, glücklich. Ich glaube, wir können kein Polnisch reden, dann verstehen uns wieder alle nicht. Ich hab einen richtigen Ohrmann von dieser Harry Potter, von diesem Harry Potter Soundtrack. Richtig schlimm. Meinem zu Leder-Leggings, also ich hab persönlich keine. Ich finde, manche Leuten stehen die richtig gut, mein Style ist das aber nicht so, aber... Ja, jeder wie er Bock hat, ne? Und hier kommst du aus Frankfurt am Main, die Ecke. Do you speak Polska? Yes, I do. Dankeschön für den Faller. Bewohnst du in Deutschland? Alles gut? Ja, wir quatschen hier eine Runde. Community Talk. Ähm. Wie hast du deine Locken gemacht? Mit dem Rossmann-Lockenstab. Und, ähm, ich nehm mir mal so die Pieces und mach die so. Nee, also ich mach den Lockenstab so, mach so und dann mach ich den so runter. Weißt du? Leti, hi. Wie geht's? Bist du einfach in der Werbung zu sehen? In welcher Werbung? Hauptsache, ich bin in der Werbung. In welcher Werbung meinst du? Meinst du, die ich gerade auf meinem Kanal laufen habe? Für ne Musik-App? Ah. Ja. Ja, Leute, das ist richtig cool. Meine eine Kooperation. Ich frag mich so. Hi, hi, hi. Warum bist, bin, was bin ich im deutschen TikTok? Ich komm aus Norwegen. Ich weiß es nicht. Ich hab das Gefühl, mein TikTok-Livestream wird immer so random an Leute gezeigt. Letztens waren hier so viele Mexikaner drin, Leute. Das war so random. Ähm, es ist hell bei dir, nur das Licht. Das ist nur mein Licht. Mir geht's gut, weil du live bist. Oh, Leti, sonst nicht? Wieso? Was ist denn sonst los? Guck mal, meine Katze hier, die ist hier, um uns alle zu trösten. Hanni, du bist so schön. Dankeschön. Hello, Guy with the America-Flags. What is happening? Du bist einfach Superstar. Bitte vergesst uns nicht. Heck auf niemals. Ihr seid meine Community, Leute. Ich liebe meine Community. Das ist so toll. Wir sind bald 10.000. Das ist so cool. Ah. Und Leute, wenn ich reisen gehe, werde ich so viele Reise-Videos posten. Das wird richtig toll. Hi, Leute. Oh Gott. Ich glaube, die Spanien kommt schon wieder. Muss morgen Röntgen gehen? Meine Katze gerade in den Spiegel geguckt. Warum musst du Röntgen gehen? Oh mein Gott. Was ist los? Ich hab ein Röntgen. Okay. Ähm. Your hair. My hair. Do you like it? Thank you. If it was a comment. Thanks for the Rose, too. die katze ja das ist der vincent meine freundin ist obsessed mit vincent weiß und von ihr habe ich die katze und deswegen hat sie ihn genannt und vor allem rede ich mit dem kumpel darüber dass meine katze vincent heißt sagt er erkennt einfach vincent weiß ich war so und er arbeitet einfach bei the voice kids er arbeitet einfach ich war so was und deswegen kennt der wincent weiß richtig rattle lost einfach heute crazy you are from the u.s. no i'm from germany hab halt erstmal mein lunges irgendwie schon mal und gerade oh mann leti scheiße ich hoffe das erstmal geht bald wieder weg vielleicht ist es ja weil es wieder die polen kommen oder so thanks for the follows wieder da hi alina ich hoffe auf jeden fall bei dem röntgen geht alles gut morgen ich meine die können dir noch helfen also kannst du besser werden saludos die argentina die sind wieder da die spanier egal nicht so schlimm aber ich kenne das kann auf jeden fall scary sein ich hatte auch schon mal sowas ich habe auch also ich habe auch was habe ich denn ich habe das auch mal gemacht ich weiß gar nicht warum kann mich nicht erinnern aber ich habe auch beim röntgen auf jeden fall ich bin auf dem fern gefallen deswegen what you do for a living i work as a photographer muss gerade so viele blocken kommentare oder menschen ja kommentare ohne witz machst du den haaren mit einer haarnudel nee also ich mache meine haare mit einem lockenstab also der von rossmann bist du sänger nee hi also ja ich kann ein bisschen singen so aber ich versuche alles vielleicht schon aber kommt nicht hinterher ach alles gut also kein stress aber richtig lieb dass du überhaupt moody machst ach so okay ja aber ich habe mal overnight curls habe ich ausprobiert mit dieser haarenruder aber leute es ist ich habe bei mir geklappt es sah so gekloppt aus ich habe das gemacht wie alle anderen okay mit dem ding hier oben und eingewickelt ist aber mir so schlimm aus weiß ich und auch generell also diese heatless curls es funktioniert bei mir halt einfach nicht also ich mache also klar bei mir geht nur lockenstab happy to see you thank you guys happy everybody is here don't forget to follow me and my instagram is linked to my bio how are you doing well i love your accent thanks it's german hab von naturlocken oh nee wie toll hast du so richtige locken oder so also was für locken weißt du was ich meine die komischen sachen